Wie ist es denn jetzt gestartet? Sollten wir dann kurz ein Hochzeit schlagen? Yes. Das Stream ist ab jetzt live. Yai! Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Stream! Ich heisse mir Rolla! Und die Spieler heißen wieder Weiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mit der Nanatechi aka Nana Und dem Johannes aka The Fishmaster aka Extremely Average Gamer Ich glaube ich habe mich gesetzt. Du musst jetzt mega lange überlegen wie ich heisse. Ja, weil ich es anders gesagt habe als sonst. Wir kennen uns theoretisch. Theorie. Haben uns auch schon mal gesehen. Hm. Crazy. Ohne der Vogel. Ja genau, ich habe, wie der Titel schon sagt, haben wir ein Radar gebaut das letzte Mal. Wir wissen nicht genau was es macht, aber wir haben es. Hier haben wir Zahlen und ich habe jetzt einfach mal versucht. Das sind die Zahlen, die auch hier automatisch auftauchen. Darum hätte ich gesagt, würden wir mal versuchen dorthin zu gehen. Nur habe ich keine Ahnung, wie man diesen Radar bedient. Ja, ich denke das ist ein Problem. Äh, Vogel. Wo ist Vogel? Aha, ich stege fast. Ich habe diverse Federn aufgenommen. Du stege fast. Ich stege fast. Wollen wir weiter? Ich glaube wir haben das letzte Mal die Insel gelootet. Ich habe keine Ahnung mehr. Wollen wir schnell auf die Insel gehen? Äh, ich glaube wir haben nichts auf diese Insel gemacht. Kann das sein. Dann gehen wir schnell auf die Insel schauen. Aber ich habe keine Ahnung. Dass wir einfach hingefahren sind, um dann das nächste Mal zu looten. Ja. Das nächste Mal. Also eine Hütte? Was? So ein Haus hier. Dann bleiben wir hier. Wir wohnen jetzt hier. Das ist jetzt unser Zuhause. Hallo. Das ist unser Haus. Neu. Wo gibt's denn hier? Oh mein Gott. Das ist neu. Hä? Da ist die Suppe, die du gesagt hast. Ich kann Sachen verkaufen. Supp? Was? Ich kann Sachen verkaufen. Ich kann Sachen verkaufen. Ich kann Sachen kaufen und verkaufen. Was? Ja. Das ist neu. Also ja, das Spiel ist jetzt aus dem Early Access. Ist das neu? Ist das neu? Ist das neu? Kiste aufnehmen. Hallo? Mach ich ja. Okay, warum kann ich die Kiste nicht aufnehmen? Bin ich voll? Ja. Das kann sein. Ähm. How do I empty myself? Konnte man schon immer einen Köder an die Angel machen? Nein. Äh, nee. Ich glaube, das ist neu. Ist das neu? Ist das neu? Ist das neu? Alles ist neu. Ich glaube, der Holzverbrauch ist auch ein bisschen weniger... Ich habe nichts, das ich als Köder gebrauchen könnte. Hä? Bin ich dumm? Wie rennen? Kann ich überhaupt rennen? Doch, mit Shift. Okay. Mit Shift wie immer. Also das Spiel ist jetzt aus der Early Access raus und jetzt ist alles neu. Nein, nicht ganz alles. Ähm. Alles ist neu. Alles ist neu. Ja. Hat jemand noch Holz, um in den Ofen zu machen? Denn ich habe keines mehr. Ähm. Ich habe noch Holz. Doch, ich habe noch zwei hier. Ich habe Holz. Ich habe mich fest. Ich habe Holz. Danke. Ich habe Holz. Ja, aber... So, ich gehe noch mal schauen, ob ich diese Käste looten kann. Das Tauchersymbol, also das Luftsymbol, wie auch immer, ist auch neu. Ist das neu? Nein. Hm. Alles ist neu. Okay. Huuh. Okay. Huuh. Heute ist meine Laune ausserordentlich komisch. Ja, okay. Bin nur ich verbuggt, oder? Kann mal schnell jemand hier zur Kiste hinkommen? Moment. Ich kann nämlich auch den Baum nicht fällen. Also, irgendwie scheint bei mir geht alles ein bisschen verbuggt. Ja, scheinbar. Bruce. Bruce. Schwein. Oh. Ich kann nur die... Ist der gestorben? Ja. Ist gestorben. Schön. Ist einfach tot. Wir haben Bruce getötet, kommen wir gleich. Haben Bruce getötet. Lalalala. Lalalala. Das heisst, wir kriegen noch mehr Haifischköpfe. Wir haben schon 5. Bruce getötet. Grosses. Jetzt haben wir 6. Cool. Oh, trinke. Und ich habe hier noch so ein bisschen Shark Meat. Uhaha. Ähm, platzisch. Wo war der... Wo war der... Wo war der Kopf schon wieder? Da... Eine Kiste hinter dem, was du gerade warst. Ja. Da sind sie. Die Köpfe. Die Köpfe. Die Köpfe. Das ist brewsteacklich. Oh, uuuh... Nö, 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 nö. Ich war drauf, dass ihr... Ja jetzt... ...wir da mussten Bruce töten... Wir mussten Bruce töten... Wir mussten Bruce töten. Töbe! Töbe! Irgendwo! Geh weg! Kannst du den Baum hier fällen? wo bist du ich frage mich jetzt dasselbe von dir warum ja ich bin da beim baum bei welchem baum bei dem bild du bist hallo ich kann die nicht nehmen und ich kann den baum nicht fällen der baum ist weg bei mir ist er noch da ach so bei mir ist er weg aber die kiste da oben so und die kiste ist auch weg ist noch dabei mir okay okay ich gehe schnell ins hauptmenü zurück kannst du mich schnell neu einladen ich muss gar nicht kannst einfach kommen ich hoffe das funktioniert jetzt ja meine axt ist schneller kaputt gegangen als ich die erste gekriegt habe hilfe hat jemand noch eine axt also die gäste habe ich ja aufgenommen theoretisch oder planken was landen oder eine axt ja bei mir ist jetzt jetzt auch geladen jetzt ist auch wie viele planken brauchst du sechs drei vier fünf sechs bei mir ist das auch gut schön herstellen weiß nicht was passiert ist mango baum schlagen ich erkundige mal die in kann ich ja vielleicht werde ich sterben eine bild so ja du bist irgendwo auf der insel oder ist eine wild so wie lange geht es einen baum zu fällen hast du das selbe problem wie ich vielleicht ich gehe da auch mal schon nach aus welchen baum fällst du bei mir fällen nein bei mir hat es vorhin nicht vorhin gefällt gefällt hat wollte sie fällen also ich werde angegriffen es ist aber nett dass das nicht funktioniert eine schaufel ich bin gerade durch die insel durchgefallen und ich kann jetzt unter insel hoch sind ziemlich spannend die insel existiert basically nicht okay und sie ist wieder da ich bin unter der insel hervorgekrochen gut sehr schön weiß nicht was heute los ist das war wie in minecraft früher bei mir ich bin oben auf der spitze des berges auf der spitze des berges auf dem höchsten ich weiß es nicht ich sehe die wildsau ich sehe dich schön wenn du dich einmal umdreht und nach oben schauen würdest hättest du mich gesehen jetzt nicht mehr denn jetzt bin ich in der höhle drin wenn du dich umdreht und nach oben schaust siehst du mich hallo habe ich gesehen ich bin aber diesen baum ich brauche holz ich habe keine dings mehr keine achse ich habe keinen platz mehr ähm dieser vogel macht mir ein bisschen angst ich bin gerade ein bisschen ähm von der side of life geslittert ja nichts ich bin nur nicht ganz so ähm dem weg oh mein oh das wird so ein viech das man sammeln könnte wenn man so ein werferdingsnetz hätte ja da ist so ein vögelchen auch hopp de hopp de hopp das man auch fangen könnte das hat mich kurz ein bisschen erschreckt denn es ist genau wie ich reingrand ich hoffe diesmal kann ich die kiste aufnehmen sonst weinig ja ich kann sie aufnehmen stein hallo hallo hast du mir zufällige weise ein stein stein vielleicht ja also drei ja 1 2 3 ich bin voll der vogel hat sich nicht mehr auf mich abgesehen jetzt habe ich wieder nachts wo das auf dich abgesehen ist gut dann kommt da nichts mehr ja es geht doch dann kommt er nicht zu uns ich höre seinen schrei habe mich angeschrien was habt ihr davon ja ja weil ich mich einmal darüber gefreut habe das nicht gerade getötet ja kommt jeder zu dir ja ich sammle ein bisschen same la 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 kann man die schweine auch mit dem mit der achs angreifen oder nur mit dem speer keine ahnung ne nur mit dem speer oh speer kaputt bleib nur mal da stehen meine liebe die hat sich hier irgendwie verpackt und jetzt kann ich die einfach töten achso ich habe dir nur geholfen das raw meat können wir gebrauchen um eine suppe zu machen unter anderem ja ich muss essen damit ich essen aufnehmen kann und eben wie ein pilz brauchen wir auch noch ja um die suppe zu machen ich muss mal schnell ein bisschen sachen abladen gehen ich bin ein bisschen freu ich habe vergessen was ich das letzte mal herstellen wollte das letzte mal also das letzte letzte mal oder einfach vor fünf minuten das letzte letzte mal ok well i can tell you sagen las das war schon ich weiß nicht hallo ich komme nicht hin ich komme nicht hin ich bin verpackt du musst darum laufen da kannst du nicht durch siehst du hier pulle brauchen wir auch ich weiß was was ist so genannt ich kann nichts dafür warum steckt das zeug nicht so wie es sollte hallo ach weil es sowieso gerade ein bisschen laggy ist hauptsache es ist jetzt nicht mehr early access und funktioniert schlechter als vom ich mach da mal ein bisschen was sand zum beispiel ich habe ein scharnier warum habe ich scharnier und glas bruce ja ich höre ich habe gerade meinem inventory das ist ein paddel nicht mehr schaufel hat jemand gerade hunger nee nicht mehr als sonst auch wollen wir mal weiter oder wollt ihr noch mal zurück auf die insel von mir aus können wir weiter gehen von mir aus auch wir können mal versuchen richtung irgendwie irgendwie richtung radar kommen also richtung dieser station richtung radar ach pst oh ne jetzt habe ich die moment ich bin beim glattart ach ach ich denke wir müssen zu dieser station hier weil das ist die die auch auf dem buch also das 1588 das radio tower aber ich habe keine ahnung wie die benummert sind die benummert sind ja warum hast du es jetzt abgeschaltet wegen der batterie ja dann gehen wir doch mal zu dem blau markierten oder nicht auch in welche richtung ist es ziemlich genau so aber bitte die ähm der batterietuliebe das zeug wieder abschalten hat jemand schrott ich habe vier ähm es brauche zwei dankeschön ein haken ist bald kaputt wir sind theoretisch voll im wind und wir kommen trotzdem nicht voran theoretisch voll im wind ja was bist du am bauen es hat sich angehört das wäre jemand am bauen ich bin am baum fällen nicht am bauen irgendwie sollte man doch ein ton gefäß machen können oh wir haben eine sauerstoffflasche wie die schon immer gehabt ich glaube die habe ich gebastelt wir könnten eine sauerstoffflasche oder ane oder ich habe die entdeckt so glaube ich weiss nicht mehr ich stecke hier immer aber ich hasse diese ecke ein ton behälter wir können auch ein glas dings machen ein glas becher oh da ist eine böse am brüten wie süß wir sind voll im wind Das macht absolut keinen Sinn. Vielleicht ist auch einfach der Wind verbuggt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es verbuggt. Ja. So wie heute alles verbuggt ist. Alles kompromisslos. Ich bin ins Wasser gefallen. Oh no, ich bin unter dem Floss. Ja, das haben wir auch schon. Hast du vorhin gesagt, wir sollen das Teil abschalten und dann bist du die Einzige. Was? Ich habe es ausgeschalten. Aha. Ja. Jetzt kommen wir zumindest ein bisschen voran. Oh. Oh, ich habe einen Stand. Bei mir hängt es. Ja, ja. Bei mir geht es wieder. Bei mir auch. Ein bisschen lagier, aber das geht. Also mein... Mein Haken ist komplett verpackt gewesen. Oh, ich bin reingefallen. Bei mir backt auch ein bisschen alles. Hallo. Ja, dann kann ich das auch so holen. Wollte ich jetzt nicht haben. Wenn ich schon reinfalle, dann muss es sich wenigstens lohnen. Das Problem hatte ich über mehrere Male, dass mir immer jemand das Zeug geklaut hat. Mein Haken schwebt wieder irgendwie vier Kilometer über dem Wasser. Ich habe ein bisschen Schrott. Oh, es regnet. Oh, ist das neu? Kommen wir überhaupt ansatzweise voran? Ja, ja. Okay, du hast mich gerade weggeschubst. Danke. Dann wieder ins Wasserhaken von Hilfe. Du hast sowas? Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Schauen wir mal, was wir noch so machen könnten. Also eine Saustoffflasche wäre sicher noch recht cool, wenn wir das mal herstellen könnten. Ich habe vier Gläser. Einfach so als Info. Hallo, ich möchte Seil. Danke. Ja, aber die Suppe, die muss man effektiv mit dem Ding machen. Oh, man braucht eine leere Flasche für eine Flasche. Saustoffflasche. Ja. Oh mein Gott, das heisst man braucht... Ja, wir brauchen ja... Ja, wir brauchen ja... Ja, wir brauchen ja... Ja, wir brauchen ja... Ja, vor allem brauchen wir auch noch mega viel... Plastik, glaube ich. Ja. Was? Plastik auch? Ja, ich glaube. Ich habe vierzehn von diesem Schleimzeug. Äh, fünfzehn. Boah. Das könnte ich... Weil ich das vorhin alles... Oh. ...gemacht habe. Du wolltest gerade da in die Truhe tun. Okay, ich mache das alles da rein. Die müssen nicht mehr machen. Das sind schon sechzehn. Achso. Ich brauche nämlich Kupfer. Ich würde... Kupfer hat es hier. Cool. In der Kiste drin. Perfekt. Och, ich schmeisse zu kurz. Ähm... Ähm... Ja, das Ding ist irgendwie noch tausend Meter weg. Ja. Oh ne. Ach, ich mache immer das Segel zu, statt es zu drehen. Ähm... Bruce ist hier am Zerstören. Wirklich? Ich höre nicht mal. Ich auch nicht. Kaputt. Alles kaputt. Alles. Alles. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich bin ins Wasser gefallen. Kannst du was? Ja. Dort hinten hat es eine Insel. Das ist vermutlich nicht die, wo wir hinwollen, oder ist es die? Ich denke nicht, dass wir jetzt in so kurzer Zeit 1164 Meter gefahren sind. Ja, aber das hat hier sonst keine andere Insel. Also... Was? Das ist die einzige Insel, die angezeigt wird, in der Nähe. Und die ist noch 900 Meter weg. Also von daher kann es schon sein. Jetzt ist 900 Meter bis da. Ja. Ich erwischt nichts. Ja. Nichts. 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 Aha. Ähm. Ähm, wo war das? Hier. Ja, toll. Jetzt habe ich einen selten zu wenig. Ähm. Oh noch. Ähm, aber wir haben ja so viele Plätze hier. Ich wollte gerade sagen, um Scylla herzustellen, haben wir definitiv genug Plätze. Oh, wie lost! Dankeschön. Wo war das? Ich habe schon wieder verloren. Ich bin dumm. Das. Ich habe nochmal drei so Schleppnetze. Drei? Ja. Okay. Ja, je mehr, desto besser, right? Ich denke mal, ja. Ich bin schon mit dem Lose gefallen. Ah, sehr gut. Finde ich auch. Ah, wie viele Fester soll ich denn noch rein sammeln und nur ein bisschen Schrott zu kriegen? Was soll denn das? Fünf? Ja. Ach. Oder sechs, wer weiss. Dann kriege ich so einen Schrott, aber ich brauche noch zwei. Aber es ist ein bisschen Gegenwind. Oh, das habe ich gerade gesehen. Hat sich voll erwischt. Ja. Haben wir irgendwo Planken? Oder? In dem Wasser hat es ganz viel. Wie viel brauchst du? Viel. Einfach, dass wir die Netze umbauen können. Weisst du, was ich meine? Hm. Dass ich rund um die Netze so... Oh, mein Haken hat sich verwacht. ...die wir seinbauen können. Es hat hier drüben... Hier hat es eine Insel und irgendwie hat es hinter uns, wenn man so ein bisschen... Je nachdem, wie man schaut, sieht man das. Weil sie müsste ja eigentlich... Die kann es auch nicht sein. Sie müsste ein bisschen linkser von uns sein. Wollen wir trotzdem kurz auf diese Insel oder lieber nicht? Ich weiss nicht, von welcher Insel du sprichst. Es hat hier direkt neben uns eine Insel. Wollen wir auf die drauf oder nicht? Ich brauche eigentlich nur Schrot. Alles andere ist weniger. Das Ding hat zu tauchen. Dann gehen wir kurz auf die Insel. Okay. Oh no. Da hinten ist so eine Kiste. Ich bin schon wieder im Wasser, genau. Oh, ich bin am Hunger leiden. Merke ich gerade. Oh no. Oh no. Ich sollte meine Wasserflasche auffüllen. Ich habe das da vorhin so... ...verschwendet. Oh no. Oh no. Oh no. Ich habe ein Geschenk. Ich habe zwei Geschenke. Mal schauen, was ich drin habe. Ich habe ein Bett erlernt. Und ich habe einen Schrank. Schauen wir das nicht schon? Oh, der Schrank ist sicher noch nice. Hier ist es dann schnucken. Ja. Hm? Zu wem hast du gehört gesagt? Zu dir. Also angegängig nur dekorativ ist. Ja. Ich bin am Holz sammeln, dann können wir schon weiter, wenn wir nichts... kein Bedürfnis habt. Ich brauche immer noch Schrot. Da hat es ja. Da kann ich suchen. Da ist nicht viel drin. Brauchst du noch... Ich werde jetzt gegessen. Oh no. Oh, ich sehe dich. Ich denke ich. Aber ich brauche Schrot. Also es ist mir egal. Schrot. Schrot. Ähm. Ich glaube, ich darf wieder rum. Oh no. Ich kann das nicht abbauen. Was brauchst du? Ich gehe einfach das Zeug holen. Sie braucht Schrot. Es kann gleich das Pflanzenzeug, Kleberzeug sammeln. Oh, bye, Nana. Ja, es lässt mich nicht abbauen. Fies. Ich schlage es so dreißigmal und es nutzt aber trotzdem meine Dings ab. Ja, das hatte ich vorhin auch das Problem. Das hatte ich vorhin auch schon mit diesem dümmlichen Baum, der nicht mal mehr da war. Ja, same. Ähm. Ich baue mal ein bisschen. Du brauchst Schrot, oder? Ja. Schrott, nicht Schrott. Ja, sag den. Ja. Rot. Oh, ich bin... Oh ne, ich bin am gleichen Punkt, Nana. Okay, ich bin jetzt wieder drin. Ich seh dir mal nach, ob ich das jetzt abbauen kann. Nee, jetzt gehts wieder. Cool. Okay. Das liegt, glaub ich, einfach an dem Schrott. Ich kann dieses eine Schrottteilchen nicht abbauen. Den Rest konnte ich nicht. Ich kann dieses eine auch nicht abbauen. Kann ich das andere abbauen? Ja, ich kann alles andere abbauen. Einfach dieses eine. Nee, ich kann gar nichts abbauen. Cool. Ich kann die Muschel nicht aufnehmen. Okay. Ähm. Nächstes Spiel ist ein bisschen kaputt. Es ist ein bisschen verbockt. Also, ich habe jetzt ganz viel von meinem Haken verbraucht und habe gar nichts erreicht. Das finde ich super. Ich bin auch nochmal schnell im Hauptmenü. Entschuldigung. Ah, Bruce. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich renne, obwohl ich nicht mehr renne. Cool. Ja, Herr Fischmaster, seid ihr noch da? Ja. Nee, Bruce, lass das. Bruce, die Bruce. Brucey. Alles normal. Äh, es ist am Laden. Äh, jetzt bin ich wieder da. Mal schauen, ob ich wieder abbauen kann. Ja, ich kann zumindest das konnte ich abbauen. Mal schauen, ob ich das Schrottteilchen abbauen kann. Nein, das Schrottteilchen kann ich immer noch nicht abbauen. Okay. Warum geht das nicht? Ich brauche doch nur ein bisschen Schrott. Ich kann auch kein Schrott abbauen. Ich weiss nicht, wieso nicht. Wie viel Schrott brauchst du? Äh, zwei. Deshalb dachte ich mir so kurz abbauen, dann habe ich das aber, ne? Habe ich hier hingeschmissen. Wo ist hier? Ja, da wo ich stehe. Wo stehst denn du? Ja, neben dir. Jetzt hinter dir. Jetzt neben dir. Hallo. Ne, ich war die ganze Zeit hier vorne. Was ist denn hier neben mir? Als du weggelaufen bist. Und bist in die Richtung, die dann plötzlich, ja. Ja. Cool. Äh, ich habe ein, äh... Ist das, ähm... Können wir weiter? Naja, alles gut. Ich habe Dinge gemacht. Du hast Dinge gemacht? Mhm. Ich habe Dinge gemacht. Jetzt möchte ich gerne sehen, ob die auch funktionieren. Kannst du dich nicht verstören oder seid hier am irgendwas machen? Ich war gerade am... Ich habe nichts gemacht. War das bloß? Ich war gerade am... Nee, ich hab schon... Heeeee... Oh, es funktioniert. Es hat funktioniert. Ich habe eine Bewässerungsanlage gemacht. wieso nicht das ist die Gegenfrage die müssen wir nie wieder unsere Pflanzen 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 bewässern ich kann nicht versprechen Pflanzen ist das Fachwort und Plante ist das man im allgemeinen Gebrauch benutzt scheinheilig tun mit deinen Planten das ist eine Kiste ich habe eine Kiste Schrank ein dekoratives Möbel mit begrenztem Stauraum aber es hat Stauraum ich blege auch Schrott dafür es hat nirgendwo Schrott drin sonst hätte ich das vorhin auch rausgenommen ich habe Schrott eins gut dann bauen wir den Schrank ich bin grad dran oh mein Gott der ist ja klein der hat wahrscheinlich nicht mehr Platz ich bin grad dran einen Juicer zu machen Jööö Jööö er hat zwei vier Plätze woah was hast du? Ich mach die jetzt da rein. Und die Schweinis auch. Ich brauch Plastik. Ich kann da jetzt da dran chillen gehen, dann störe ich mich nicht mehr. Danke. Ich brauch auch Plastik. What a coincidence. Oh. Ich hab ein bisschen Plastik. Ich brauch nur noch zwei. Ich soll jetzt an demnächst die Insel sehen, wenn ich richtig liege. Es kann auch sein, dass ich komplett falsch bin. So megaviel falsch machen kannst du ja eigentlich nicht. Ja, scheinbar ja schon. Wenn wir in die Richtung... Was hast du falsch gemacht? Alles. Ach so, okay. Alles. Das klingt aber... Ja, nee, wir fahren auf das Ding zu. Ich weiss nur nicht, ob es eine Insel ist oder nicht. Ja, ich auch. Aber wir fahren voll drauf zu. Also, in welcher Dichtung fahren wir, glaube ich? Rechts. Super. Ich finde mein Hosi heute sehr gut. Ich mach nur Dinge, die wir nicht brauchen. Das machst du gut. Schau mal. Wow. Wow. Was? Wo bist du? Was hast du gemacht? Ich hab einen Tisch verleckt. Schön. Schön, ne? Was hast du gemacht? Ah, schau mal. Was für eine Beleuchtung. Also theoretisch haben wir den 400 Meter. Schön. Sollten wir die Insel sehen. Ich hab dir auch so random irgendwo platziert und nicht überlegt, wo ich die platziere, damit es noch schöner wird. Wow, unsere Gitternetze sind im Moment gerade richtig ergiebig. Ja. Unsere Gitternetze. Ja. Oh, sind es jetzt Gitter oder sind es Netze? Oh, ich sterbe. Ah, ich komm hier nicht mehr raus. Dann schwimm ich halt. Wo stirbst du? Oh, ich hab keinen Platz mehr. Eau, ich sterbe. Ich hab einen Bruce. Aber ich komm nicht mehr hoch. Jetzt, ich hab's geschafft. Cool. So, ich hab gegessen, ich sterbe nicht mehr. Gut. Also eigentlich ist es gerade rechts von uns, beziehungsweise gerade, also in die Richtung, in der das Segel ist, sollte irgendetwas sein. Praktisch gesehen sehe ich aber nichts. Dann ist es vielleicht nicht über Wasser. In 413, also in 400 Meter. Ach so. Aber theoretisch sollte man das ja doch schon sehen. Ich weiss jetzt nicht, wie weit man sieht. Ich auch nicht. Aber ich hätte gedacht, wir haben... Doch, ich sehe einen... Ich sehe... Du siehst. Wow. Ich sehe eine Palme. Muss reichen. Ja. Ich nehme an, das wird das Ziel sein. Oh, das ist aber jetzt ein bisschen knapp nebendran. Gemein. Und noch Möbel. Jetzt, wo ich Plastik brauche, finde ich nirgendwo mehr Plastik. Ich hab ganz viel Prenn. Das ist amazing. Drei brauche ich noch. Mal schauen. Ich hab genau drei. Nice. Es ist aber noch ziemlich viel Plastik in dem Wasser. Gut, wir haben einen Juicer. Nice. Cool. Wollten wir nicht eigentlich ursprünglich eine Taucherflasche machen? Du schon, ja. Okay. Nein. Oh, da brauchst du eine Batterie. Da brauchst du eine Batterie für. Oh no. Ich hab vorhin auch eine Batterie gemacht für meine Bewässerungsanlage. Eben, es ist nicht... Batterie ist jetzt nicht unbedingt ein mega krasses Unterfangen. Nee, es geht voll. Oh, Bruce. Oh, Bruce. Oh, Bruce. Oh, Bruce. Oh, Bruce. Ah, bin geschlagen. Aus das Haus. Schön. Wie repariert man das? Mit dem Hammer. Und dann theoretisch mittlere Maustaste. Mittlere? Ach ja. Mausrad. Ich hab's repariert. Sehr schön. Oh, das ist auch repariert. Okay. Alles repariert. 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 Keine Munition. Weil, ich wollte auch nichts abwerfen, aber danke. Ich wollte Planken platzieren. Planten. Planten. Hey, das sieht irgendwie lustig aus. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist auf alle Fälle keine Insel. Es ist ein etwas... Also gut, ich meine, es ist im Buch, wenn es wirklich das ist, was ihr im Buch erwischt haben, dann ist es ein Radio Tower. Ja. Ja. So sieht es auch ein bisschen aus. Ich hab noch mehr Beleuchtung gemacht, weil... Schreien. Weil. Geht der wohl auch direkt unten, wenn man drauf geht? Maybe. Oh, hi, Bruce. Ich weiß nicht. Wasser trinken. Wir werden es vermutlich bald herausfinden. Yes, weil ich am Paddeln bin. Ja. Oh, ich bin am Verhungern. Hoppala. Dann iss. Wär noch so schlau. Ja, ich bin schon dran. Paddeln ist scheinbar anstrengend. Ja. Ah ja? Ja. Hab ich noch mehr Essen in den Tannen? Nee, okay. Ich hab noch mehr Essen in unseren... komischen Thronen. Ach da. Ich denke mal, das Ding geht nicht gleich und sieht ziemlich stabil aus. Boah, aber wir gehen irgendwie gerade voll gegen Wind, kann das sein? Nein. Ja, schon ein bisschen. Ich mach mal das Segel auch noch ein bisschen in diese Richtung. Ich, dass es mega viel bringen würde, aber immerhin... Kannst du den Anker... Anker setzen? Oh, ich bin im Wasser. Oh. Hast du den Anker gesetzt? Ja. Nice. Damit kommen wir da... Kommen wir rauf? Ja, kommen wir. Ich schon. Ich weiss nicht, wie es mit euch aussieht. Das ist eine Insel. Also, es war eine bobe Insel. Oh, da hat's... Hat's Luke scheinbar. Ich habe ein Rezept für den Juicer gefunden. Schön. Wow. Hier steht... Also, für ihn den Juicer. Der heisst effektiv Bruce. Ja? Nein, nein, nein. Der heisst so, effektiv. Ja, ja. Cool. Hier hat es ein bisschen Loot. Also, einfach so Schrott und so. Schrott, nicht Schrott. Ich brauche Schrott. 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 Aber was bringt uns das Wissen hier? Oh mein Gott, unser Boot geht durch den Boden. Ja, ich habe auch schon Angst gehabt, weil ich bin noch auf unserem Boot. Und ich dachte mir so, wir sterben. Oder besser gesagt, ich sterbe. Ich reibe weg von euch und werde euch nie wiederfinden. Tugboat. Tugboat, sorry, ich kann nicht lesen. Ja. Nee. Bauplan stehen. Aber ich kann wieder nichts aufnehmen. Hier hast du einen Bauplan. Kannst du den auf? Oh. Ich habe irgendeinen... Hältet ihr das auch? Ja. Johannes, kannst du schnell kommen? Ja, Moment. Ich bin mit Lerede auch voll. Ist sie fertig? Ich habe ja auch was gefunden. Okay, da steht jetzt einfach... Die Notiz... Okay. Ähm... Wir könnten die Notizen auch nachlesen, habe ich jetzt gesehen. Nein, aber irgendwie haben wir jetzt noch eine Info, wie wir weitergehen müssen, weil irgendwie haben wir jetzt nichts. Ich habe ein Rezept für Steak mit Marmelade. Und... Hörst du den Herrn nicht, der spricht? Ah, ich habe den vielleicht unterbrochen, weil ich die andere Dame wieder gehört habe. Ach so. Ah, da, ich kann... Erst dann sprichst du dem einfach... Es ist Wochen her, nur ich und Eule hier, ist es das? Das wird wohl so sein, ja. Eule stehe ich oben im Turm, vielleicht hat das Funk gerade etwas aufgeschnappt, bist du das, Spatzkuckuck? Ja. Ja. Dann habe ich den aus Versehen unterbrochen. Ja, dann gehen wir doch mal ganz nach oben. Ja, ich versuch's. Kann ich hier dann klettern? Nee, kann ich nicht. Ich weiss nicht, wie man ganz nach oben kommt. Ja, das... Ah, warte, ich seh's. Oh mein Gott, nee, Jumping. Ja, ich habe mal eine Flasche. Gibt's unter was, da gibt's glaube ich auch noch Zeug. Gibt's vielleicht auch noch Zeug, ja. Ich versuch's gerade Jumping Run zu machen und ich bin sehr schlacht. Oh, jetzt spricht der andere. Ja. Das war hier bei uns, ja. Ja. Ich bin aufgestürzt, schau dir. Okay, ich habe einen Hinweis gefunden. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Ah, Johannes, ich brauche deine Hilfe. Ich bin auch da. Aber da spricht noch jemand. Oh, ich kann ihn auch nicht aufnehmen. Diverses Zeug erhalten. Ich kann ihn nicht. Nice, wir können alle das Ding, ich auch nicht. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm. Es ist ein bisschen Jumping Run da hoch, aber es geht. Aber es ist einfach, es ist für einen Jumping Run, genau. Aber ich glaube, hier geht's noch weiter hoch, kann das sein, ja? Ja, ich bin gerade hochgegangen. Vielleicht bräuchten wir zuerst den Hinweis, ich weiß nicht. Oder wir gehen einfach, ich bin runtergefallen. Es will hochgehen. Ist mir egal. Wo seid ihr hochgegangen? Wo seid ihr hochgegangen? Über so diese... Oh mein Gott, ich kann dir das nicht erklären. Hebe unseren Fluss. Direkt da musst du auf dieses kleine Häuschen hoch. Und dann ziehst du den Weg. auflesen kann das ist ja auf dass das gerade direkt neben uns im floß ist ach du bist schon da hoch okay dann musst du weitergehen dann muss ich aber muss ihren kann man da kann man da das auf klettern ich hab nie du musst du muss balancieren neben dir neben der sohn mit rüber laufen dann dort auch noch mal balancieren und auf diese treppe hoch springen wenn ihr auf t geht habt ihr jetzt eine neue zahl und dann musst du auf dieses bild lüftungs genau da kannst du rein und dort ist etwas aufnehmen ja das ist das was vorhin gelaufen ist glaube ich ist es ich kann das auch nicht nehmen ich kann auch nicht über tina sprechen oder wie die heißt talia talia ich habe nicht ich habe nicht gelesen ich hatte ich habe nur t gesehen und hab's jetzt tina getauft ich kann wieder den bauplan aufnehmen noch gar nicht mit ihr sprechen ich bin das super dass wir gar nichts können wir können nichts man gar nicht ist ein unfähig inkompetent wir haben ein recycler erforscht okay ja bei mir der bauplan immer noch da kannst du mit tala sprechen ja kannst du ein schönes fluss benötigt okay okay wir haben neuen charakter freigeschaut dann könnt ihr könnt ihr sogar nicht mehr gleich aussehen ähm wow wir können uns unterscheiden ja stell dir vor ich gehe dann mal schnell ins menü und schaue ob ich das kann ja ich wollte es gerade sagen im hauptmenü sollte das möglich sein ja gut ich glaube ich glaube wir haben das zeug was robbie boat's gone bruce is after me gonna stay here until i find a way off this place mike was wolltest du noch kurz unter wasser gehen wollen ach so da war ich war nicht also ich habe das zeug aufgenommen das da war da hat es ein telefon es hat ganz viele telefons telefons das ist sehr gut getrunken ja 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 telefons telefons nana bist du jetzt neu ich bin jetzt neu und man kann auch die kleiderfarbe wechseln habe ich gesehen das ist auch neu denke ich ja schau mal ja schau mal die sieht ganz anders aus oh mein gott ja oh mein gott oh ich habe hunger ähm wollen wir jetzt nach dieses wasser katan ja ich weiss nicht ob ich das ansatzte wollen wir nach dieses wasser katan ähm was war die zahl das war absolut korrekt aha okay acht jetzt habe ich verstanden wie das funktioniert sechs und elf gut die ist 1800 Meter hinter uns ja dann gehen wir doch mal oh ne ich habe schon wieder ja einfach einfach erdrücken ja ich drücke immer eh schon er oh ich bin ich wollte eigentlich zum Anker und dann bin ich da durch gefallen ich habe es gesehen ich habe mich gerade gefragt warum wir nicht vorwärts kommen aber wir haben einfach noch den Anker gesetzt ja 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 ich habe noch ein Rezept ein Steak mit Marmelade kann ich das jetzt hier anmachen das kannst du aufhängen ich muss da ein bisschen Luft einlassen was dann ist er aufgemacht oh wo ist unser Forschungstisch hier was brauchst du nichts ich wollte eigentlich den Blueprint erlernen aber den haben wir scheinbar schon gelernt ja also den den Recycler yes ja den habe ich vorhin hä du hast das sogar gesagt ja ich habe aber irgendwie nicht mitbekommen dass das jetzt automatisch ähm schon erforscht ist weil ich habe den irgendwie trotzdem nochmal aufgenommen weil ich konnte den ja nicht nehmen und trotzdem habe ich ihn jetzt aufgenommen ach so ich habe jetzt ich habe jetzt eine Schüssel voll mit etwas das nicht so gut was steht da this meal did not turn out very well oh no ich esse es mal amazing ähm gut jetzt haben wir mehrere Rezepte da wie kann ich das hinzufügen das weiss ich nicht du musstest da dann das Brett klemmen wir müssen es da platzieren also was hast du alles ich habe eine Rohrübe ach so eine Kartoffel und Beeren die Beeren haben wir ich weiss nicht ob wir das rohe Fleisch haben von dem Wildschwein wahrscheinlich nicht mehr hast du gelernt Lichterkette haben wir die nicht schon habe ich die nicht gerade vorhin platziert pssst einfach nichts sagen gemein oh oh ich bin ins Wasser gefallen oh noch ich glaube im Fall da braucht es nur entweder oder nicht und was äh Kartoffel oder Beete was ist das hier als der Entsafter was wenn man plötzlich Dinge findet du kennst dich voll aus auf unserem Boot ja mega oh ich bin oh mein Gott ich bin ja am Verhungern ähm äh hat noch ein bisschen Haifisch der gekocht ist und ich habe gerade Kartoffeln und Rüben auf dem das ist kein Herd auf den äh Grill geworfen hey ist zu weit weg nee es ist nicht aber ich stehe gerade ein bisschen falsch für mich war sie zu weit weg mhm 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 das hat sich jetzt ganz rum ich treffe es nicht aber es ist nicht zu weit weg oh nee lasst es mich doch ein verdankeschön gern geschenkt und es hat nichts drin was ich brauche amazing amazink 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 ähm hallo das ist jetzt wieder so ein oh das ist jetzt wieder so ein spontaner Wechsel dass niemand sagen kann dass das Copyright drauf ist gut cool ähm ja theoretisch theoretisch haben wir einen Juicer kann ich da jetzt Rübenschuss machen ich weiss es nicht Kartoffelschuss keine Ahnung weil ähm ich hab den noch nie ausprobiert ich hab nur gerade die Batterie reingepackt ich hab ja ich hab ja ganz viel kranzend aber das ist dann das Problem und wieso hab ich das jetzt auf den Boden geworfen so in etwa 400 Meter sollen wir da sein ok oh und wenn ich das richtig gehört hab hat's gepiepst? ist das was? ist das Zeuge unter Wasser oh bist du dir sicher? ja wenn ich das richtig gehört hab schon ja wenn ich das richtig gehört hab bist du dir sicher? ich ja sorry ist das neu? also mein Hirn das lag ist nicht neu nee 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 das ist das wirklich nicht verweiten nicht ah wieso hab ich so wenig Schrott? wenn mir jemand acht Kunststoff hätte dann könnte ich eine Sauerstoffflasche machen ich hab sieben ich hab keinen aber ich glaub es hat auch sonst keinen da schwimmt noch willst du sieben? da hast du sieben oh es fliegt weg wo ist es hin? wo bist du? ähm das ist eine gute Frage wo ist es hin? es schwimmt jetzt es backt rum gut danke dachte gerade das war jetzt ein bisschen sehr lost aber ja hätte passieren können schau wo bist du? da ich hab's gut ich kann eine Sauerstoffflasche machen die wahrscheinlich sehr schnell kaputt geht so wie ich das oh sehe äh wir sind dran vorbei oh glaube ich oder das ist welcher ist es? ah ne sorry wir sind noch ich hab den falschen ja ja wir sind noch gar nicht da haben noch 1200 Meter vor uns ich hab den falschen Blob beachtet es hat ja nur zwei ähm markierte Punkte ja eben ich hab den falschen Blob beachtet wir brauchen jetzt dann bald nochmal eine Batterie für hier oben eine Batterie ja irgendwann mal die da oben ist jetzt aber ich hab nicht mehr ich brauch noch vier Plastik dann kann ich eine machen ich hab dir Plastik vier gut dann haben wir eine einfach weil die oben ist sie ist dann bald finished Nana ist auf Fassjagd ich brauch Schrott 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 und das gibt's da nicht so oft in Fass aber ich brauch Fass weil äh so schwimmt es ja nicht rum ja Planken wow amazing bin fast fasziniert haben wir das bemerkt oh ich hab Schrott gekriegt zwei sogar ich hab so viel wie ich brauch denn mein Haken ist fast kaputt und ich brauche mal einen neuen ne so cool nice oh ich hab mich was rausgeworfen ne ne schwimm nicht wieder weg bitte nicht oh mein Gott was passiert wenn ich Dinge aus meinem Inventar rauswerfe dann schwimmen die weg aha auch wenn sie auf unserem Boot landen ok ich finde das super ja ich mag das ist genau so wie ich mir das vorgestellt habe kann ich mir vorstellen mach dann genau das was ich erreichen möchte kann es sein dass sie jetzt voll in der Flaute sind wie funktioniert dieses Bewässerungssystem das macht es automatisch das macht einfach es braucht Wasser ja heisst es ja und man kann es nachfüllen aber ich hab es eigentlich ganz aufgefüllt ganz am Anfang also jetzt war es leer amazing ja oh man könnte theoretisch die die Batterie erforschen aber dann ist sie glaube ich weg oder ja dann ist sie weg aber das wäre nicht schlecht dann finden wir neue Dinge ja eben probier es mal noch haben wir ja oben oh ich hab was weggeworfen so versuchen wir es nochmal das kann ich nicht das kann oh ich hab das Zeug schon wieder nicht getroffen so und jetzt naja mega viel gibt es nicht das ist jetzt eine Stebenlampe ja Bruce 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 war hier ja muss man reparieren ich hab schon cool ich finde schön dass ich mal ein bisschen anders aussehe das hat es vollgebracht mit dem Batterie mit dem Batterie mit dem Batterie ja ja die Stebenlampe das ist ähm da hab ich jetzt schon die ganze Zeit vermisst ja genau das was mir noch gefällt hat ja definitiv amazing we brauchen ziemlich dringend Plastik so wie es aussieht jupp ich hab vier Stück ich auch also ich hab keine spezifische Anzahl die ich brauche ich brauche einfach weil das ist das was mir immer fehlt oh du bist voll ja hab ich auch gerade gemerkt äh weniger Kartoffeln denn ich kann sie gleich wieder aufnehmen denn das ist nur so ein Auspack oh sie sind weg Holzbadewanne ja aber natürlich genau das brauche ich kann ich endlich warten ich stinke das ist sicher eklig noch 900 Meter nach 900 Meter bitte stehen bleiben yes please ich bin unter dem Boot oh ich muss was trinken oh 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 ach ich hab jetzt jemanden unter die Beine Tasse gedrückt tut mir leid Essen wäre anscheinend auch nicht so viel gestern nam 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 okay mir geht's wieder gut kann das bitte danke oh mein Gott oh ich hab ein dekoratives Gepäck äh das Gepäck ja genau Gepäckchen erhalten Gepäck ein dekoratives Gepäck cool ja die Lichter hatten wir auch schon nicht dasselbe nicht? ich glaube nicht ich glaube nicht unser Boot hat eine mega komische Form ja es wird auch nie wirklich gebaut doch ja dann bist du ja der Grund warum es eine mega komische ja ja ich hab halt die Netze gebaut du gibst dem die dumme Form das ist amazing man liebt sich man liebt sich wirklich 700 Meter war es vorhin nicht näher äh nein 900 war es okay du stehst mir voll im Blick ja im Blick dann möchte ich auch ja ja was sonst? im Sichtfeld ja okay des Sichtfeldes einfach weil du wegen dem Genetief was? oh oh es ist Achtur ja oh gut dass du solche Dinge bemerkst ja ich bin etwa der Einzige dem es egal ist ja ich hab auch nichts vor aber aber oh aber aber dieses Fass ja die Miss Merola halt schon ja hast ne Social Life mhm hey was soll jetzt das heißen? hallo? was ist das nicht in Ordnung dass du das hast? nee Johannes Kommentar ich hab nix kommentiert du bist voll auf jeden Fall ja es ist da drin jetzt ähm 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 lalalalalala ich bin immer noch voll ja okay ähm das kann da rein nee hast du das jetzt weggenommen? ja brauch das aber da mach ich halt noch einen da mach ich halt noch einen jetzt hab ich es schon gemacht ja selber schon ist es jetzt wieder am wegschwimmen? hast du es auf den Boden geworfen? ja ne ich hab's immer noch eingepackt ich dachte schon sicher schmess ich das nicht weg was passiert? alles okay sollten wir nicht aufhören pst 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 okay ich möchte eigentlich noch gerne zur Insel damit wir das nächste Mal dort aufhören also dass wir dort aufhören können gut ich weiss nicht wie lange wir zur Insel noch haben theoretisch ist sie ziemlich neben uns theoretisch zieht jemand eine Insel? ich bin grad nicht negativ aktiv am Schauen sie müsste oh mein Gott das ist verkehrt herum was heisst denn das jetzt? das ist in die falsche Richtung nein nein das stimmt schon Fischi nein ich wollte nicht ins Wasser ich wollte nicht ins Wasser oh da sind Fass drin eins der Sammelnetz hat einfach ein Fass gefangen oh es sah echt lustig aus könnten die etwas öfters machen? ja hätte ich nichts dagegen ja auch nicht verstehst du das Problem mit es ist verkehrt herum ich checke nicht in welche Richtung wir gerade gehen achso jetzt stimmt's was jetzt stimmt's? nee wir gehen genau daran vorbei ja nee aber schau mal in welche Richtung das segel schaut wird schon so sein noch 500 Meter theoretisch ja nee ich will nur sagen theoretisch können wir auch jetzt aufhören und das nächste Mal auf die Insel gehen damit wir sie auch anschauen können ja wir sind dann in drei minuten weg ja machen wir so ein bisschen cliffhanger weisst du ja gut dann hören wir halt jetzt auf dann sehen wir uns das nächste Mal oder so oder so nächste Woche kommt sicher kein Stream nee das wird ein bisschen schwierig ähm ja gut dann gehen wir das nächste Mal das heisst in einer Woche also Mittwoch in zwei Wochen außer ja außer wir wir machen irgendein Video draus aber ich glaube nicht egal ähm was? ja was wir irgendwie aufnehmen sollten und daraus ein Video machen anyway ich würde sagen das war es dir heute vielen Dank fürs Zusehen schaut beim nächsten Mal vorbei schaut beim Johannes vorbei aka Extremely Average Gamer schaut bei der Nana vorbei aka Nana Tashi lasst eine Bewertung da lasst was ein Follow da das war sehr gut gedeutscht äh und ich sage Tschüss Tschüss Livestream beendet schließen